So, fünfte Folge von No Waro, mit dabei ist Chelex, ich tschulde mich auf dem Server. Hey! Hey! Bisschen! Jaja, klar. So, ich brauche jetzt fünfte Level. Gehe ich mal da hoch. Er hat Angst, dass er an was kaputt geht. Äh, haben wir kein Eisen mehr? Wir haben doch noch so viel Eisen. Wir haben nur noch 26. Ich habe auch noch 24 Eisen. Das passt dann nicht mehr wie schaub das 4 und dann gehen wir auf Bögen. Genau. Oder so ähnlich. Dann kommen wir erstmal feiten. Hätte ich gesagt. Die Balle haben wir echt schon ganz geiles Zeug. Ich lauf einfach jetzt kurz zurück. Jetzt klaut er mein Zeug da rein. Zwölf Level und andersrum zwölf. Dann lauf ich mal ein bisschen in die andere Richtung. Wenn du da bist. Ja. Habe ich mal kurz zwölf Level und dann... Ja, da ist noch so viel. Habe ich... Habe ich... Oh, ich könnte sogar echt noch eine Falle bauen. Habe ich alles? Dann brauche ich das. Was? Redstone. Bogen. Müsste funktionieren an Zeug was ich habe. Aber erstmal schaub das 4 bauen. Das ist als wenn ich kein Ding noch habe. Aber zum Glück habe ich Zeug dabei. Ah, wir fangen genau zu der Wünfe schaffe 4. Genau zu dem Level. Ja, ja, ja. Ich brauche es wohl genau zu dem. Ich habe ja kein Versprechen. Ja, genau. So, ja. 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 Ok. So, ja. Das ist ja ganz einfach nur drin. Okay. So, ja. So, ja, das ist ja auch ein bisschen diese Wünfe bei der Weichkennjuss. raus machen als man hier schon wieder so ein scheiß gast ist ich laufe hier einfach mal runter könnte ja das müsste eigentlich jetzt müsste ich mir dieser quelle schaffen das gibt es auch schnell ja dafür wäre ich richtig zufrieden schon ich hab jetzt zwölf level ich komme wieder zurück ähm schnarrt und kann sie mal die ist ein freitag den kann Freitag ist der 31. August was ist das? weil da wir ja nur noch glaube ich vier Team sind wollen wir da im Finale machen kannst du da stimmt gut hoff ich so zwölf Level ich muss um ganz kurz zu schauen ach so fünf Minuten ist drauf ey da mache ich direkt die Falle jetzt lass ich mir dann schon sagen wo die Falle ist bevor ich selbst reinlaufe das ist ne Kiste wo ich baue quasi so minecart da das ähm das und das ähm dann müsste das so ja oh scheiße ich muss noch Ding abbauen da das mache ich dann gleich noch scharfe Hölfchen ist da dann muss ich hier ein bisschen was abbauen so zwei Dinge habe ich da ist noch ne Feder so schweiß mir mal alle Pfeile zu dann kann ich das aufteilen ja die so so jetzt haben wir beide 48 und jetzt brauche ich noch Rekton und alle den Bogen haben wir schon das weiß so so ich hoffe ich fliege jetzt in uns selber nicht in die Luft kann ich den Scheißbau ähm ähm wüsste ich alles haben ich baue das ich baue die Kiste direkt daneben das Portal ich brauche noch Lava irgendwoher das ist das Problem so mein Ziel ist jetzt auf starke 5 Müllbogen zu gehen oh da ist schon Lava das macht überhaupt nichts oh ich brenne Scheiße aber das müsste ich überleben jetzt hör auf doch zu brennen alle brenn doch nicht so lang wenn es auf einem Herzen ist äh passt 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 den Kampfer was mach ich da was geht rein die Zambi Pinkmenzen machen mich Angst mach mich Angst alles klar wo kriege ich denn jetzt einfach Lava her da da unten ne das ist auch alles von Ding was ist das denn für ein Witz naja komm ist egal eine Lava-Eimer wird schon reichen ich bin auch selber reingefallen in den Scheiß oder zwei wo ich hab dann habe ich aber relax ein bisschen ok ähm ich bin nur mit dem Ähm mit diesem Waro ist da zufrieden so schnell war ich nie so gut gequipped gewesen außer bei einem Waro da war ich äh in der 8.Folge ich habe keine Ahnung mehr äh wie das ging die Falle so genau ich baue jetzt einfach irgendwas bevor du dich selbst tötest pass auf ja jetzt muss man hier alles zu bauen erst mal ich glaube ich bin mir ich bin mir ich bin mir ich bin mir für Stärke 3-Bow und dann kann ich Stärke 4-Bow machen wer ist deine Bogen und Stärke 4-Bow machen ich muss ich muss mal kurz was austesten ich check's grad noch nicht ich sehe schon kommen du bist gestorben ich glaube da muss das hin wenn ich mich jetzt nicht vertan habe so das Feuerzeug bauen wir mal wieder direkt raus ach so da hätte gar keine Schiene hingemüsst bauen wir das halt nochmal ab so 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 So, jetzt nicht diese Kiste neben dem Nether-Portal öffnen, weil dann müsste glaube ich einer sterben, wenn ich das jetzt nicht verbaut habe mir den Scheiß. Da unten war noch Level aller. Das hole ich mir jetzt. Vielleicht schaffen noch ein paar A4-Bogen in der Folge. Ich verzaubern glaube ich erst mal alles auf Power 1. Bist du noch gerade einen Ambus? Äh, ich gerade nicht. Oder musst du eh erst mal ein neues Brauch verzaubern? Ich muss erst mal Level farmen. Wieso fragst du? Dann hätte ich den einfach mitgenommen, weil ich wollte ein bisschen weiter weg drin. Äh, dann lass kurz noch den Ambus stehen. Ich möchte noch meinen Bogen auf Starke 3 machen. So, wie lang haben wir noch? Oh, nur noch 5 Minuten. Knapp. Also ich lade schon mal wieder ein bisschen gutes Zeug da ein. Habe das Eisen mal mit? Warte mal, brauchst du noch Eisen fürs Schwert? Nein. Äh, dann könnte ich auch noch einen zweiten Ambus einfach bauen. Gut, ich bin ja schon starke 4. Achso, wie sieht es bei Bogen mit dir aus? Ja, ich brauche noch 6 Level und dann habe ich auch Stärke 4 Power. Das heißt, du brauchst einfach, hä? Das heißt, du hast schon 2 Scharpe Power 3 Bögen. Ich habe gerade 2 Stärke 3 Bögen. Ja, okay, dann ist das in Ordnung. Ja, dann komme ich einfach wieder. Oder, warte, ich nehme nur mit und wenn du brauchst, dann... Weil ich muss so immer für 2 Level kombinieren. Okay, mach das. Äh, so lange gehe ich schon mal ein bisschen raus und vor allem Äpfel, okay? Ja. Hä, aber du wolltest doch auch noch... Äh, schau doch doch, dass du die 10 Level bekommst. Ja, das kann man auch in der nächsten Folge machen. Äh, ein bisschen Äpfel und Tiere farmen, also essen. Ich habe Äpfel. Da bekomme ich ja auch. Erstmal. Röntung. Ich kann dir was geben, wenn du noch brauchst. Aber du kannst schauen, ob du was bekommst. Ich habe gerne 5. Aber trotzdem möchte ich gerne nochmal Äpfel farmen für... ...Gold-Äpfel. Ja, wir haben kein Gold. Nur so. Ja, dann müssen wir wir Gold farmen. Nix, wir fahren jetzt nicht, wir holen die Leute weg. Ich will es fighten, ey. Lass mal endlich mal geiles Equipment und dann... ...da war noch 10 Folgen Farmen oder was? Stimmt. Also wir bräuchten eigentlich keine Äpfel mehr. Warum? Weil wir kein Gold haben, also. Ja. Oder schon. Hey, du kannst schon noch Äpfel farmen, wenn du was bekommst. Aber ich würde sagen, mach dir erstmal Power 4. Okay. Hat ich jetzt gesagt. So, ich brauche auch noch 10 Level, dann habe ich auch einen Power 4 Bogen. Hast du eigentlich den Schaden und so mitgenommen? Nein, Schaden steht noch da. Na mein Gott. Seitdem, wenn du jetzt eh zurückkommst, sind nehmen. Ich glaube, jetzt mal da runter. Ich bin einfach so ein bisschen weiter bei der Falle vorbei und dann irgendwo da links hinten und dann irgendwo leicht drunter. Ah, vielleicht auch nicht. Ach, super, aber es ist so. Okay. Ich bin auf der anderen Insel quasi. Ich habe mal das Wichtigste aus der Träume mitgenommen. Ja. Brauchst du noch Redstone? Und? Ah, nimm mal noch ein bisschen. Ah, kannst du drin lassen, dann hole ich mir das. Ich habe noch mal ein TNT, ich kann noch irgendeine Falle bauen, dann baue ich mich aufs Ball noch ein. Und ich check mir mal aus, ob ich die richtig gebaut habe, die Falle jetzt. Und wenn du das... Zähne mal aus. Zähne mal aus. Zähne mal aus. du steppst da so was schon er hätte es stehen ich kann sie immer aus er macht es aber es ist so dass du auch kommst dass ich mir jetzt eine Krippe behalten kann oder um bist du wie viel Level hast du ich hab sie mir wird er gut und kommt so zusammen und kommt nicht noch ein bisschen auf den wir haben noch zwei Bücher oder so was du die zwei Bücher ich habe den mitgenommen ja dann und auch nicht ein paar Level und dann kommt man da noch was drauf warum haben wir jetzt schon wieder 15 Minuten und um wir wurden nicht gekriegt dann liefen wir automatisch und hat sich noch kurz zu müssen ich brauche auch noch kurz im Messer das sehe ich keine mehr das soll ich noch kurz herkommen und dann haben wir halt Minuten mehr oder so ich habe kein Ding mehr, das ist ja zauber ich gehe mal wieder in Richtung unserer Truhe ja treffen wir uns noch da macht noch kurz ein Ding und dann gehen wir runter scheiße ich weiß nicht mehr wo der Sporn ist wie aus 1912 im Messer danke ach da ich hab schon wieder aber mir ist es auch viel Ding so gut so und er wird so da habe ich er kommt bin da bist du bei der Kiste ja da hält der Kiste genau da bei mir ist es auch viel Redstone ja gut dann lass liefern ok und das war's mit der Folge sei Dank